hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge amma 3 nein das ist ja gar nicht amma 3 will live rpg hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge altes live mit den sacks bugs ja leute ich bin wieder da euer säufer hast du hast du eigentlich noch eine waffe nein guck mal in deinen rucksack du hast dir doch ein letztes in den rucksack getorn als sie und sowas ich habe gesagt habe ich keine glaubst du mir nicht wann hast du mir gesagt dass du keine waffe hast schon lange her wenn wir so klein war und so um erfahren was eine letzte aufnahme session letzte woche hattest du noch eine waffe wo ist die euch ein helikopter das ist aber der medic okay glück gehabt ich hoffe der spottet uns hier nicht weil ich schieße mal ein schuss zum dingens du mal sehen ich habe mal so kufferverarbeitung geschossen und mal sehen das heißt auf uns wird geschossen bei der kupferverarbeitung herr polizist du hast alles verarbeitet jetzt weg hier bist du drin kannst auch von drinnen auf den kofferraum zugreifen selben und und mit u kannst du aufschließen ja das weiß ich jetzt fliegt baby fliegt und jetzt drogendealer oder was ja jetzt zum drogendealer wie viel haben wir gefarmt jetzt eingesammt das wollte ich nicht wie die hast du dabei Prozent das weiß ich ebenfalls nicht du kommst weil ich werde ich jetzt gucke läuft die gefahr dass wir abstürzen ja aber ich habe gedacht hast du in kopf ich hatte es nur eingepackt Prozent ich habe 16 dabei Prozent 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 dreiundfünfziger käme an ihm wie viel Geld wir jetzt machen so einer bekommen 26 und 25 Affekt wir verkaufen einfach derjenige der am schnellsten ist kriegt am meisten Spinsen Prozent da habe ich aus dem Motor ausgemacht ist nicht gut war überhaupt nicht wo ist wo ist eigentlich die Zentralbank da da nein da bei Pyrgos ne bei Pyrgos ist die ok ich hab gedacht ich hab gedacht Kavala ne ne die Zentralbank ist meistens immer hier in Pyrgos ach das hier ist ein Drogendiener ich wundere mich immer was das hier ist das ist ja interessant jetzt weißt du und jetzt musst du landen ja wir sind gerade gegenüber von der Staatsbank betreten verboten ach ne das ist das Staatsgefängnis ne die die Staatsbank ist beim Atira äh Flughafen okay land ich erlaube dir zu landen ok das ist scheiß Video Juhu so wer am schnellsten ist darf wer am schnellsten ist kriegt am meisten nein nicht Ausweis zeigen wow das bringt 8000 hä was soll jetzt Baby und du musst immer absteigen wenn du aussteigst äh abschließen wenn du aussteigst ok ok nein hallo komm die 5 gebe ich dir ja mario hana bringt gar nichts oh dann farmt wohl auch jemand mario hana kokain bringt gerade am meisten So, nochmal, wie viel Geld habe ich jetzt gemacht? Ey, wieso kann man das nicht sehen? Plop-Mod, das musst du fixen! So. So, dann wollen wir zum nächsten ATM. Ja. Oh, ich stehe, wir fliegen zum ATM. Hier, beim Krankenhaus. Und dann werde ich gucken, was den Kavala abgeht. Bist du drinnen? Ja. Ich kann leider nicht sehen, wie viel ich gemacht habe. Das weiß ich aber gleich, wenn ich am ATM bin. Okay. Mit Helikopter fahren wir jetzt über-trippel-schnell, finde ich. Mhm. Aber landen ist scheiße. Ja, wenn wir das mit einem LKW machen, gut. Mit einem LKW können wir mehr Geld machen. Ja. Aber da dauert das auch so drei, vier Stunden und ich habe Angst, dass wir gleich ins Wasser fliegen. Oh, ein LKW hat ein Gewicht. Weil ich hasse es, im Dunkeln zu fliegen. Echt? So fliegen? Ja. So dunkel ist es auch nicht. Äh, wenn wir, wenn wir, wenn wir das haben, ist es höher. Ja, genau. Da vorne fliegen wir, dann ist es besser. Äh, wo sind wir? In Pyrgos. Ja. Oh, mein Gott. Ich bin ein bisschen müde. Landen auf dieser helle Fläche, einfach. Nee, nee. Dann müssen wir runterlaufen. Ich will nicht runterlaufen. Wie runterlaufen? Ja, vom Dach runter, weil der ATM ja unten ist. Aber wenn wir oben landen, müssten wir die Treppen runterlaufen. Ich meine, hier, wo ist der helle Platz, hier auf dem Boden, wo es beleuchtet. Licht, siehst du den. Ja, ich habe ein Nachtsichtgerät, ich brauche das nicht. Oh, ich habe 256.000 gemacht. Entweder, wenn, ja. Mit einer LKW hätte ich vielleicht jetzt mal eine Million gemacht. Ja, Sebby, willst du nicht einzahlen? Äh, lol. Was ist? Nur ein Problem. Habe ich kein MT. Was? Haben wir nicht gekauft? Was? Zeig mir nicht, dass es nicht war. Sag mal mir. Nachtsichtgerät. Ich bin ein Vollhorn. Ich habe Nachtsichtgerät nicht gekauft. Ich habe kein Nachtsicht. Warte. Ähm, Sebby, der ATM ist hier. So, jetzt. Hier. Ja, ja. Ja, ist gut. Hast du ein Nachtsichtgerät doch? Nein, habe ich nicht. Sechs. Au. Scheiße. Hä? Wie viel Geld hast du gemacht? 200. 200 Dollar nur? Ja. 200? Äh, 200.000. Äh, sag das doch, Menschens, Kinders, ey. Hä? Oder besser, 200K? Ja. Besser. Mann, Baby. Bist du drin? Äh. Und, Sebby, gewöhnt dir an, die Karre abzuschießen, wenn du ein oder aussteigst. Oder den Heli. Das kann nämlich schon sehr schnell gehen, bis einer einsteigt und den klaut. Und wer wäre denn am Arsch, du? So, was machen wir jetzt? Immer nochmal einen kurzen Cut. Tschüss, bis gleich. Auf echt. Sерм lotto. sagt rein. Felix. Wie wieder sehr. sind ins MON.